Jeden Tag, immer zwei. Oh, das wird wieder los. Am Wochenende... In den Ferien darfst du doch so lange zocken, wie du willst, oder? Ja. Wow. So lange meine Eltern nicht kommen. Was will der denn jetzt? Wieso kommt der rein? Hey, der hat echt keine Hobbys. Nee. Ja, den Cracky haben wir jetzt nicht mehr in der Let's Play-Folge eingeführt, weil der irgendwie zu ruhig war und alles und... Ja, keine Ahnung. Er nervt. Ah, ne Eisenschaufel. Du brauchst ne Eisenschaufel, die hat grad'n Zombie eine getroppt. Ah, kannst mir gehen, wenn du Bock hast. Wenn ich Bock hab. Und du hast Bock. Vielleicht hat der grad nicht gecheckt, dass wir irgendwie in der Aufnahme sind. Ja, aber warum sind wir sonst auf dem Server? Keine Ahnung, oder? Ich weiß sowieso nicht, warum der draufkommt. Nee, echt nicht. Äh, Dead Island. Ja, das sagst du, ne? Also ich hab' meins verkauft, weil ich irgendwas mit drauf hatte. An Kumpel, an sehr guten Kumpel. Ja. Hm. Ja, ich kenn' da auf jeden Fall einen richtig geilen Glitch. Der ist, äh... Ja, also kriegt man sehr viel Geld und Diamanten. Also in Dead Island. Diamanten? Ja, die Diamanten... Stimmt, die sind sehr viel wert, ne? Was denn das für ein Kumpel? 1.000... 1.500 sind die wert. Alles ruhig, Leute. Hier kommt alle nach dem anderen an. Zack, 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 zack. Also, man... Also in der Stadthalle, das ist Kapitel 7. Da, äh, ist das dieses Rathaus, diese Stadtarchiv. Ja. Und da liegen in so nem Tresor doch Diamanten, ne? Kennst du ja, da waren wir schon. Äh, echt, echt wo? Was? Hä? Echt? Bei dem schweren MG in der Stadt. Echt? Wusste ich gar nicht. Ja. Doch, da gibt's... Ja, aber da gibt's auch in nem Tresor unterm Schreibtisch 1005, also einen Diamanten. Ja. Ja, dann geht man raus, lädt den Stadthalle, also geht raus zu den, wie heißt's, Abwasserkanälen. Ja. Geht dann wieder rein, läuft dann wieder zu dem Safe und da liegen wieder Diamanten. Das geht so oft, bis man keinen Bock mehr hat. Echt? Krass, wusste ich gar nicht. Nee. Oder damals, da konnte man, wenn man eine Waffe hat, man will die nochmal, aber kann die nicht kaufen oder so, dann, äh, drückt man die Taste zum Werfen, und dann, also während man die wirft, drückt man die Falltaste, Taste, also dass sie die fallen lässt, und dann kriegt man die zweimal. Dann, dann kommt die nochmal raus, das ist richtig geil. Ja. Also, das ist auch mal so, so ein Bug mit meinem Bruder, wir haben so, der da alles zusammengezockt, und, äh, wie soll das erklären, ich weiß auch nicht, wie das ablief, auf jeden Fall, äh, der ist gestorben, ich hab die Waffe von ihm genommen, der kam wieder rein, und dann hatte er die Waffe wieder, und dann, der sie. Ja. Keine Ahnung, das war irgendwie voll komisch, äh. Ich weiß auch nicht. Ganz komisch. Ja. Ja. Ja, oder in... Ja. Naja. Äh, in Dead Island, reden nur von Dead Island, wa? Ja. Ist mir egal. Warte ruhig. Weiter. Oh. Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Dead Island, dadadadadat. Ja, Dead Island, ja, schon klar. Wer bist du jetzt, bei dem Spawner? Also, was hast du eigentlich für einen Spawner? Zombie, oder? Zombie. Gut, gut. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall mal ne Monsterfalle draus machen. Ja, du kannst die aus deinem einen machen, ich aus meinem. Ja, wir können die auch miteinander verknüpfen, irgendwie, bestimmt. Ah, das wär wieder ein bisschen zu ausdringlich. Wir sind jetzt auch keine harten Minecraft-Pose oder so, hier. Ah, ne. Da müsstest du ja gucken, dass deine Zombies runterkommen, ein Stück. Und dann müssen wir uns unten noch was bauen. Ja, das ist komisch. Auch. Äh, nicht komisch. Das würde einfach nur scheiße lange dauern. Und ich glaube auch nicht, dass das so sinnvoll wäre. Wieso? Keine Ahnung, wir sollten uns hier oben an, äh, einen Monsterfalle bauen. Wir machen einfach einen großen Raum, wo kein Licht ist, und dann... Und spawnen die da halt. Ja, ja. Äh. Ne, nicht der Hexler. XP-Farm. Wir können ja, ähm, jetzt mal irgendwie mal beginnen, ne? So, holen. Äh, was? Ne, ne, warte. Leute, ich schlabber manchmal so'n Scheiß, sorry. Ähm, ich meine jetzt, äh, mal lassen wir losgehen, ne? Aber es sind hier unten. Warte. Äh, was macht denn das hier? Okay. Okay. Ah, ich glaub, hier ist schon ne Hölle. Ja, äh. Ne, ne, komm, wir gehen irgendwo hin. So. Warte, vielleicht kann ich mal ein bisschen... Ach! Jetzt wären wir fast losgegangen, ohne dass ich Fackeln hab. Ich hab genug Fackeln für drei Stecks. Das ist ganz geil. Ja, ich hab den Optifel-Mod drin. Ja, hier ist grad ne Hölle. Ich geh mal rein. Jo. Aber komm fürs Abendessen bitte wieder nach Hause. Ah, ich hab jetzt zwei Stecks Fackeln. Einen halben lass ich mal hier. Machen wir, äh, also, Minden, machen wir Strip-Mining oder machen wir ganz normal die Diamanten? Also finden. Äh, Hauptziel Diamanten und alles was wir finden nehmen wir natürlich mit. Ne, weißt du was Strip-Mining ist? Nein. Gut, wir bauen, äh, so Gänge halt. Wir gehen so runter. Ah, ne. Ja, das kann jeder bei sich zu Hause machen, aber... Ne, wir machen das Richtige. Art und Weise. Gut, können wir machen. So sehr braucht man die Diamanten jetzt auch schon nicht, dass wir... Ne, also wir können überall hinlaufen. Wir können tausend Blöcke hiervon abbauen. Ich hab ja ein Set Home gemacht. Ja, vielleicht mach ich das dann auch mal mit der Karte, das ist eigentlich ganz lustig. Ja. So. Ja, äh, welche Hülle willst du denn gehen? Äh, lass mal irgendwo hingehen. Das weiß ich, ja. Aber welche Richtung? Ja, komm, wo willst du denn? Ja, da hast du ja auch eine Hülle. Kannst du auch mal reinkommen. Ja, und wo? Äh, unter meinem Haus. Jetzt sag nicht! Da war doch so eine Hülle, wo ich die Erde ganz zugebaut habe. Weiß nicht mehr. Doch, ja, ich sehe deinen Namen. Machst du dir jetzt eigentlich auch... Also hast du vor, auch Videos zu machen auf YouTube? Also hast du ja momentan nicht. Hast du vor? Ne, also... Ja, mit einem anderen Kanal, aber... Ja, kein Let's Plays geht halt nicht. Ja, keinen Bock Fraps zu kaufen. Ja, ist dir jetzt eigentlich nicht so teuer. Fraps. Ey, hier ist es Borna. Hier ist es Borna. Hier ist es Borna. Lol. Kisten plündern. Ey, lol. Alter. Ey, wir cheaten. Ganz klar, wir cheaten. Ey, Leute, das war jetzt nicht Oscream oder so irgendwie dahin gemacht oder irgendwie. Eier, Alter. Ja, wie können wir den denn bitte hinmachen, Junge? Alter. Ey, wir haben jetzt drei Spawner. Ey, wie geil ist das denn? Und du... Alter, da kriegen wir Ordnung. Immer wenn du gefunden hast, sogar ein paar Reihen spawnen, hast du direkt die Kisten geplündert. Und sag nicht nein, ich hab's auf Wand. Hab ich nicht. Nein, nur nicht. Ja, keine Ahnung, Alter. Hm, das brauch ich denn nicht. Boah, man sieht das erst nie und dann, wenn man in der Aufnahme guckt... Alter, schmeiß doch das eine Erdblock weg. Das hatte ich schon mal bei so einem Let's Player. Hab ich das gesehen? Alter, der hatte einen Erdblock drin und wusste nicht. Er hat da irgendwie so Eisen weggeworfen. Obwohl der einen Erdblock hatte. Und das hatte ich bei meiner Aufnahme auch. Das hab ich sogar... What the fuck? Alter. Wieso hast du ein Dias-Schwert? Woher? Ich hab noch zwei Dias zum Glück. Ich spiele auch Dias. Und ich hab's Enchanted mit Bann 1. Stolz. What the fuck? Ja, bin ich. Ich brauch einen Schlag weniger. Wenn du Level 30 verzaubern, wenn du Level 30 bist. Hm, egal. Trotzdem, ich brauch ja drei Schläge für das Skelett und so. Jetzt brauch ich nur noch zwei. Ja. Ich bin stolz. Ja, bau du deine Steine ab, ich kenne die. Mein Inventar ist jetzt voll. Feuer, steig mal weg damit. Warum ist dein Inventar voll? Ich hab mal ihn ausgeleert. Ja, ich hab ein bisschen... Also ich dachte, wir gehen jetzt auf die Mega-Erkundung. Und hab ein bisschen mitge... Oh, sorry. Ich hab dich gerade geschlagen. Oh, scheiße. Schon wieder. Geh mal weg, aber. Ja, dann kill du dich. Ich baue ein bisschen Moe Stone ab. Damit könnte man wissen... Ja, hab ich dir da gerade gesagt. Aber nicht ins vorne. Wie wir am besten eigentlich Diamanten mal holen könnten. In der Wüste sind meistens voll auf so Tempel. Da sind meistens voll auf Diamanten drin. Ja, es gibt nur einen Tempel. Es gibt nur einen Tempel, meine ich. Aber scheiße, ohne Scheiße. Es gibt voll viele. Fast in jeder Wüste. Aber im Dschungel sind die, äh... Sind die, äh... Wie soll ich sagen? Ah, seltener. Seltener. Dschungeltempel. Mhm. Ist wirklich so. Da sind die viel seltener. Ich hab jetzt einen gesehen und lass mir hinten zieht. Ja, schon. Ja. Das ist aber da viel lustiger gemacht als im, äh... Im Dings-Tempel. Im Wüstentempel. Das ist voll scheiße gemacht. Da brauchst du einfach nur die Schallplatte abzubauen. Ja. Ah, ich hab wieder vergessen, hier auszuleuchten. Nein. Nein, dann freuen wir doch keine. Ja, egal. Wir gehen jetzt auf... Wir gehen jetzt mal auf... Äh... Wir gehen jetzt mal in ne Höhle. Mal langsam. Warte, ich schlage jetzt. Ja. Ich geh schon zu meinem Haus. Ey, Leute. Ich kann hier stecken. Ja. Und ihr sagt mir nix. Was soll das? Und das hier. Das brauch ich auch nicht. Warum sagt ihr mir nix, Leute? Ja, mach doch den Inventory-Tweak. Dann drückst du eine Tasse, ist alles geordnet. Nee. Doch. Doch. Okay, ja. Alle Let's... Alle Let's Player spielen damit. Außer du. Wenn man mich Let's Player nennen kann. Schäm dich. Äh... Let's Play Together. Ja, ich mach ja auch Let's Plays. Ah, eigentlich immer nur Together, ne? Das erste, was ich alleine gemacht hab, war das Info-Video. Vielleicht sollte ich auch mal was alleine machen, weil es sehr viel Auswand ist, zum Beispiel dich wieder heute online zu kriegen. Ah, nee. Das war ja nicht schwer. Was ich für online zu kriegen? Ich muss... Nee, doch war ja nicht schwer. Du hast mich noch genug. Ich muss wieder Jumper aufnehmen mit dem Alex. Tritt, der hat noch keine Ferien. Stimmt. Der muss jetzt erst mal morgens zur Dickster Schule. Hahaha. Tja. Sein Pech. Oh, vielleicht solltet ihr das jetzt... Oh, vielleicht sollte ich das jetzt lieber nicht sagen, dass er in Hamburg wohnt. Aber scheiß drauf. Jetzt hab ich schon wieder gesagt. Oh mein Gott. Äh... Ah, ist doch egal. Hamburg ist groß. Solange wir nicht sagen, dass er in der... Piep, piep... Und... Macht's ja nix. Du hast zwei Diamanten. Hab ich? Ja, ich lagere mal ein bisschen, was ich jetzt nicht brauche. Das brauchst du zum Beispiel nicht. Das, 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 das... Brauche ich. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das kann ich mal gebrauchen. Zack. Zack. Das brauche ich nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Da dachte ich. Geh raus aus meiner Kiste. Äh, ich bin schon längst draußen. Ach ne. Na dann. Noch Schwerteil soll ich mir herstellen. Äh... She tastes like Cola. Äh... Mein Eisen hin? Ach ja, ich habe noch einen Ofen. Ah! Oh, danke. Bitte. Ja, nimm doch mal was auf der Playstation auf. Ach, ich hab keinen Bock mehr extra dafür eine HDTV und so zu kaufen. Und... Und ich verkauf ja meine Playstation nie. Also Leute, falls ihr Interesse mit Playstation habt, ich hab eine. Ey, hier ist ein Skelett in deiner Bude. Ja. Schon wieder. Ja, hier. A Creeper. Ey, was machst du? Lauf, lauf. Ja gut, Alter. Ey, das ist perfekt. Komm, komm. Wie geil. Lass'n die hinkommen. So. Ja. Oh, er ist tot. EP. Ja, dann lockt ihr doch mal in die Schmerzen raus. Noch ein Creeper. Ist er jetzt hier im Haus? Zu spät. Was machst du denn? Ja, der läuft zu dir, fuck. Hier ist gar keiner. Hehehe. Die Bäume, die sind cool aus. Ach ne. Ja, äh, dann lass' erst mal schlafen gehen und dann los. Geh in dein Haus. Geh in dein Haus pennen. Moment. Schutz 1. Oha. Ja, ja, ja. Ich geh ja schon ins Bett, Mama. Ja, Mama. Ich trink mal kurz was. Sorry Leute, ich trink mal kurz was. Oh, jetzt erst mal fett... Jetzt erst mal fetten Bonbon lutschen. Oh, oh. Oha. Gut. Okay, bin im Bett. So. So, Leute, äh... Nein? Hochherrm. Ich hab schon wieder kein Essen. Nein. Was für Hochherrm, Alla. Doch. Nix Pest. Ah, guck mal. Ich cheate mir was. Ey, das ist ja auch geil, hier mit den Melonen. Du Sack. Ja, ich hab jetzt immer welcher Vorrat, ne? Womit kann man die eigentlich am schnellsten abbauen, weißt du das? Och, schlopf. Schmerz. Mit gar nichts, glaub ich. Doch. Nein. Geh weg. Geh weg. Ey, wenn du willst, dann kann ich dir welche geben, aber dann lass es mich. Klar nervt mich nicht. Du nervst mich, indem du vor mir rennst. Wie so ein hässlicher... Nervt nicht. Okay, wir können... Lass jetzt mal los. Ja, was machst du in meiner Kiste? Ich hab nix. Ich hab... Nix. Ich hab Fotogelichtnis, Junge. Leben kriegst du mich nie. Ja, hör auf. Wir machen jetzt mal wieder ernst. Ich hab ein Schlecht. Ich hab dich nicht auf. Ich hab dich nicht auf.